moin moin zusammen dem ein oder dem anderen ist es vielleicht aufgefallen ihr habt in letzter zeit irgendwie nicht so mitbekommen dass neue videos von mir hochgeladen wurden aber das hat keinen grund weil ich zu faul war oder zu beschäftigt sondern wenn man eben videos hochlädt kann man entscheiden ob die lurcher da draußen also die abonnenten von einem im endeffekt dieses angezeigt bekommt sozusagen im fit und ich habe mich immer gezielt dagegen entschieden warum ich habe in letzter zeit wirklich nur mathematik videos kurven diskussions videos und so ein blödsinn hochgeladen und da dachte ich damit penetre ich euch doch nicht weil das ist eh nicht so euer ziel vielleicht eine kurven diskussion in nächster zeit zu lernen also ich war fleißig ich habe jede menge mathe videos hochgeladen ich bin es auch schon bei roundabout ich glaube 620 videos lasst mich lügen eben im endeffekt über finanzielle investition buchführung mathematik kosten- und leistungsrechnung also ich bin fleißig dabei wirklich lernvideos erklärvideos zu allen fächern rund um das bwl wirtschaftsstudium im allgemeinen zu machen also das wird weiterhin laufen und da gebe ich auch weiter vollgas das ist mein ziel aber ich habe natürlich jetzt etwas kleines neues mit euch vor es wird geil es wird spannend vertraut mir um nur einige geile beispiele zu nennen ich habe vor step 1 wake up brother gonna rise in the sun step 2 get some good some food in you step 3 you can grow hard about what you wanna be step 4 f*** everybody just do your thing wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day und das wird wirklich wirklich geil ich probiere jetzt wirklich jede woche ein video dazu herauszubringen es wird eben echt vielleicht zum Teil unangenehm. Ich werde Themen ansprechen, die der ein oder andere vielleicht noch nicht gemacht hat und ich möchte euch wirklich damit helfen. Also, und nun seid ihr dran. Hilft mir dabei. Falls ihr euch auf diesen Content freut, genauso wie ich, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und leitet diesen Kanal einfach mal an Freunde, Familie, Kommilitonen, Arbeitskollegen einfach weiter. Es würde mich wirklich riesig unterstützen und mir einfach die Motivation geben, weiterhin Vollgas zu geben, weil sobald ich einen von euch da draußen damit helfen kann, habe ich schon mein Ziel erfüllt.